So, Celco, deswegen bin ich hier. Lass mich mal einmal raten, das könnte ein Volvo Amazon sein, das könnte aber auch ein Maserati GT sein. Aber lass den mal aufdecken, komm. Alter, jetzt bin ich mal gespannt. Willkommen auf meinem YouTube-Channel. Wir sind jetzt auf dem Weg zu einer Traumgarage. Da stehen für mehrere Millionen Euro Autos. Wo sich diese Garage befindet, darf ich nicht sagen. Celco hat mich da eingeladen. Wir sollen uns da ein Auto anschauen. Und zwar eine fette Überraschung. Und ich dachte, ich nehme euch mal mit. Jetzt sind wir drin. Jetzt seid ihr dabei. Und ich sage euch eins, guckt euch das mal an. Wie geht's? Servus. Gut, danke. So, Celco ist einer der im Fachjargon unter uns Händlern. Ist ja der Trüffelschwein. Er hat immer die besonderen Autos da. Und alle Autos, die er hat, hat immer eine Historie. Deswegen bin ich bestimmt hier. Genau. Aber da warten wir doch ab. Was ist das denn für eine Farbe? Das ist ein 430 Scuderia. Und ich kann dir nicht mal die Farbe nennen, weil Verde heißt grün auf Italienisch. Der Erstbesteller damals hat einen Farbcode nach Maranello geschickt. Ja, Viper, Signal. Das ist leider längst dokumentiert. Oder Condor. Das ist 70er Jahre Porsche-Farbe. Und die haben das dann getestet und haben es tatsächlich freigegeben. Du hast ja da hinten einen klassischen Scuderia. Genau, einen Rosso Scuderia. So wurde er immer produziert in Rot mit Silberstreifen. So wurde er auch vorgestellt. Er wurde eigentlich vorgestellt in Rosso Formula Uno damals. Auch Schumacher präsentiert das Auto. Rosso Scuderia. Die Farbe wurde dann mit dem Fahrzeug eingeführt. Und auch mit dem, der Enzo hat dann auch als einer der Ersten die Farbe bekommen. Das ist ein bisschen ein helleres Rot. Das ist nicht das Rosso Corsa. Das sieht man aber nur, wenn ein anderes Rot daneben steht. Das kannst du so nicht direkt definieren. Und das ist schon extrovertiert. Goldene Felgen. So, jetzt brauche ich eure Kommentare. Was sagt ihr dazu? Ein Scuderia, ein Ferrari 430 Scuderia. Einzelstück in grün. Porsche grün, selbst nennen wir es, wie wir es wollen. Mit goldenen Streifen lackiert. Jeder sagt ja, Ferrari ist handlackiert. Das stimmt nicht ganz. Nur Ferraris mit Streifen sind handlackiert. Ansonsten werden die Roboter lackiert. Hier hast du ein 488 stehen? Eben Grigio Silverstone? Ja, Generation. Dazwischen einmal komplett übersprungen. Auch wieder was Besonderes. Da fragt man sich, warum Grigio Silverstone kannst du ganz normal bestellen? Ich habe da irgendwie gespürt, dass da irgendwas anders ist. Weil er hat Racingsitze, was so viele auch haben. Aber er hat Racingsitze in beige mit dunklem Teppich. Das kenne ich nur von Italienern, Amerikanern, Gentleman, La Dolce Vita. Wisst ihr, wie Jelko das Einkauf ausgesehen hat? Als Jelko dieses Auto gekauft hat, hat er gesagt, hey, wie kannst du nur Grigio Silverstone nehmen mit innen beige? Und jetzt bin ich hier und jetzt kommt er so an. Also, ich habe hier was anderes gespürt. Ich habe gesehen Grigio Silverstone, habe ich die Tür aufgemacht und dann habe ich gesehen, dass das Auto innen beige ist. Das ist was ganz, ganz anderes, oder? Ja, aber dann wäre ich ja ein klassischer Händler. Du hast ja Trüffel gesagt. Genau. Das ist Trüffel. Und ich sage dir auch, warum. Nicht nur die Goldrake-beigen Sitze. Schau mal, mit Goldrake-Design, mit schwarzem Teppich. Alleine die Form, wenn die Leute vorbeilaufen, die sagen, da ist irgendetwas anders. Man sitzt so gut in dem Sitz, da habe ich gesagt, irgendwas stimmt da nicht. Ich habe es dann rausgefunden. Das ist ein Ex-Werksauto. Das ist ein echtes Factory-Car. Das Fahrzeug hat Ferrari selbst 5000 Kilometer besessen. Die sind auch im Scheckheft drin. Ja, das ist der Römer Händler. Der wickelt alle, die machen ja keine eigenen Rechnungen. Aber der besitzt das Ferrari SBA mit der heiligen Adresse. Und deshalb geht er auch viel besser. Das Auto geht besser wie ein Pista. Er ist ein bisschen rotziger vom Sound. Und das ist genau dieses Extra, was mich so ein bisschen, trotz der normalen Farbe... Hier kommst du rein, hast immer sofort Feeling Auto. Du riechst hier Auto, Autosport. Und dann kommt, was ich so merke, was nicht 100% ist, sind diese Zebertücher. Guck mal. Damit du deinen Teppich nicht dreckig machst, hat jeder so Matten gedruckt mit was weiß ich, Auto, bla bla bla, Auto, Haus, so und so und so. Bei Jelko sind das Zebertücher. Aber nach einmal, wenn du dich jetzt reinsetzt, kommen neue. So, dann hast du hier mal einen Porsche. Ja, das ist kein Porsche. Das ist ein Roof. Genau. Das ist ein RT12S. Das ist ein Auto von 2010. 710 PS. Eingetragen mit 685. Alois Ruf, Understatement, immer ein bisschen weniger. Dieses Fahrzeug ist mit 360 kmh eingetragen. Das heißt, am Ende, auf der langen Gerade, überholst du so ein LaFerrari mit dem Auto. Kannst dir das vorstellen? Und das Auto ist elf Jahre alt. Wahnsinn. Das hat fast 1000 Newtonmeter. Das ist unfassbar. 489.000 Euro. Hat aber auch den Grund, das Auto hat 670 km. Ist also nicht gefahren. Der Besitzer, einer der größten Sammlungen in Deutschland, der hat zwei davon. Und er hat einen grünen behalten und hat jetzt gesagt, den fahre ich fast gar nicht. Und das Auto ist 13 Mal gebaut. Die haben 13 RT12S gemacht. Und wenn man mal bei Ruf war, weiß man auch, das ist nochmal, also da kriege ich auch Gänsehaut. Muss ich wirklich sagen. Der echte, der wahre, der hundertprozentige Porsche-Fan würde sagen, niemals würde ich mich in so ein Auto reinsetzen. Das ist für mich eine verbastelte Kiste. Dann kommt aber der Individuelle, der auf Performance wert liegt, der sagt, ich möchte einen Porsche, aber ich möchte das und das und die Nuance möchte ich besser haben. Der kommt gar nicht an so einem Auto vorbei. Das ist eine absolute Nische, aber in der Nische wirklich der Superstar. Genau. Ein 8C, 500 Stück nur produziert. Genau. 500 Coupé, 500 Cabrio. Genau. Das ist ein Coupé in Schwarz-Uni. Genau. Mit Kujo-Ledersitze, recht selten die Kombi. Der hat ja eine Voll-Carbon-Karusse. Du siehst auch hier die Carbon-Struktur. Genau. Der ist ja durch die Decke geschossen 2015. Der war ja enorm teuer. Da lag er über 300, 350, teilweise 400.000 Euro. Und jetzt pendelt er sich ein zwischen 200 und 300.000 Euro, würde ich sagen, je nach Farbkombi und so weiter. Dann haben wir einen Scuderia, den dritten hier. In Schwarz, Schwarz, komplett Schwarz. Hier ist auch Folie drauf. Das ist zum Beispiel Werksfolie. Du kannst die Qualität mal anschauen. Ja, ja, ja. Hier ist auch das Pferdchen. Aber das Auto hat was. Das Auto ist noch echt Ferrari-Fahren, oder? Das ist wirklich pure Gänsehaut. Es ist hier alles speziell. Aber das ist auch so. Das ist auch so. Ich glaube, ein normales Auto hat sogar eigentlich, oder? Selten. Aber selbst bei normalen Autos findet man was Besonderes. Immer. Immer. So, Celco. Deswegen bin ich hier. Lass mich mal einmal raten. So von den Lampen her vorne könnte es... Also es ist auf jeden Fall 60er, würde ich mal sagen. Weil das ist so typisch markant. Und dann haben wir hier Chrom. Das könnte ein Volvo Amazon sein. Das könnte aber auch so von denen, könnte das Ganze auch ein Maserati GT sein. Okay. Könnte sein. Könnte sein. Damals war ja Maserati ein Megamacher. Also war ja Wahnsinn. Luxus pur. Aber lass den mal aufdenken. Komm. Alter, jetzt bin ich mal gespannt. Weil das ist eh ein Ferrari. Das ist ein 250 GTE. Welches Baujahr? 61, das war eigentlich so das erste Großserienauto als Zwei-Plus-Zwei-Sitzer. Das Auto ist ja... Komm mal mit, Roman. Wenn du dich hierhin stellst jetzt. Hierhin. Hierhin stellst. Und wenn wir uns das Auto von hier jetzt anschauen, okay? Ist nicht so typisch Ferrari. Ne? Jetzt die Generation will der Ferrari so sehen wie der Scuderia. Wie der 488. Damals war das das war ein Ferrari. Die haben auch richtig schöne, gute Motorisierung. Alles super. Alles perfekt. Aber trotzdem noch die elegante Schiene mitgenommen haben durch Pini Farina. Genau. Ehrlich gesagt, das Auto, sagt man so in der Fahrsprache, kann eigentlich nichts. Das Auto kann nichts. Nein, das Auto kann nichts. Also dieses Auto. Ja. Wieso? Den habe ich schon ein paar Jahre und der ist so ein bisschen aus der Boom-Phase übrig geblieben. Ich finde ihn schön, immer wenn ich alles abdecke, die Decke und so weiter. Jeder findet das Auto traumhaft. Das Auto ist nicht voll restauriert, aber es ist gut. Es ist also keine Bastelkiste. Er ist auch nicht verrostet oder sonst irgendwas. Es ist ein gutes Auto. Er hat aber nicht mehr den 250 GTE Motor. Den 3-Liter-Motor mit 240 PS. Was hat er? Der hat aber auch keinen Ami-Motor. So ein Quatsch. Er hat einfach den Motor vom Nachfolger, vom 330 GT 2 plus 2. Also statt 3 Liter ist ein 4-Liter-Motor drin mit 300 PS. Aber du weißt, in der Ferrari-Klassik-Sprache ist das ein No-Go. Ein Todesschuss. Genau. Ich habe mir überlegt, ob ich mit dem Auto irgendwas anstelle. Und mir schossen viele Dinge durch den Kopf. Und irgendwie dachte ich mir so, ob ich nicht den ersten 60er-Jahre-Ferrari einfach umbaue zum E-Auto. Wow. Du musst... Ja, das ist halt... Also klar, 12 Zylinder, wenn du aufmachst, lacht das Herz. Eigentlich ist das schade. Aber der Motor gehört eigentlich in diesen 330, der den jetzt nicht mehr hat. Die Idee ist gigantisch. Ich... Das ist wirklich nur eine Idee. Aber fährst du den gar nicht mehr so? Selten. Du weißt, du musst 12 Zylinder, wenn du den nicht regelmäßig fährst mit den Vergaseranlagen, wenn du dann ein halbes Jahr nicht fährst. Wenn ich den jetzt anmache, dann haben wir hier eine Qualmwolke, dann brauchen wir Pause erstmal, bis das raus ist. Das musst du permanent einstellen und ich fahre nicht so viel damit, dass ich das am Leben so halte. Wann? Wie lange hast das Auto? Ich bin jetzt schon fast im vierten Jahr. Achso. Aber was ich auch ziemlich cool finden würde, was ja Mechatronik mit Mercedes macht, vielleicht eine GTC 4 Lusso-Technik, also neueste, aktuellste Technik, hier reinzubauen. Mit einer Karosserie aus den 60ern. Charakter, 100% Ferrari, aber Technik von heute. Kommentiert das mal. Was würdet ihr besser finden? E-Mobilität oder neueste Technik, V12 Sauger, 660 PS oder 700 PS. Was würdet ihr besser finden? Bin gespannt auf eure Kommentare. Also wenn ihr den als Elektro umbaust, dann komme ich nochmal und gucke mir das an. Theoretisch müsste ich jemanden finden, der sich da ranwagt. Vielleicht finden wir ja einen, vielleicht finden wir ja hier einen, der Bock hat, sich damit zu beschäftigen, ein 250 GTE 2 plus 2 auf E umzubauen. Muss aber Hand und Fuß haben. Ich bin mal gespannt. Dann können wir das auch vielleicht mal begleiten. Das wäre doch nochmal eine coole Nummer. Das wäre doch eine geile Nummer. Jelko, vielen Dank, dass das so geklappt hat, dass ich heute hier sein durfte. Und wenn du dein Projekt umsetzt, wäre ich sehr, sehr gerne dabei und vor allem würde ich das Auto danach sehr gerne fahren. Gerne. Okay. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, aktiviert die Glocke, abonniert meinen Channel und nächste Woche sehen wir uns wieder. Ciao. Bye. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020